Wo bin ich? Wie bin ich hier? Hahahaha, voll's gut! Ich muss raus! Ich habe doch auch eins hier. Ich habe ein Stück hier, was so keine Rinde dran hatte. Am besten nicht weg, weil meine Rinde dran hatte. Kann ich essen. Wollt ihr gerade? Bleibt doch, ich weiß! Das ist aber eigentlich das roteste. Das dunkelrot. Was? Oh! 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 Und das ist wirklich so cool! Oh! 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 Sackgasse schulden ich muss ja mal finden auch kein Jahr können sich so schwer sein 12 oder keine Ahnung mit den Juli durch den Worten so kann Genau. Rechts. Oder? Ne, links. Links ist nur die beste Wahl. Weil er nämlich selber steht. Weil er nämlich selber steht. Scheiße. Eingekommt er jetzt noch nicht. Angelegen. Der heißen komischen Erdbeer-Schmack. Die besten Jahrten nur Erdbeer-Niesen. Das hat mich völlig irre gemacht. Ich war völlig psychisch aneinander. Ich habe nicht Gefühl, er habe ich psychisch aneinander. Obwohl sie dann nicht ohne Erdbeer-Niesen. Aber die Fritz. Das war so. Ich musste mit drin saugen. Muss er gut schmecken. So. Keine noch. Ein halber Stil. Ein Stück weg, ihn nun. Ohne geschmeckt er zu kriegen. Was? das ist ja nicht das ist glaube ich nicht mehr und welchen nach dem Zettel Prozent schuld ersten Kiebs und so leicht jetzt hätte ich vielleicht lieber mal ein viel leichter sehen okay Kiebs um auslegt die Klinik hier warum krebs ja das ist ja nicht die Frau das Länders umgekehrt weil ich Klinik nicht gefunden wo liegt das ich kann nicht hören ich soll nach hinten gucken nicht vor die Lieder die Tauke Wettel okay sie 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 ist 2 aber die Kee die Kee ein paar die Kee der Wunder wie kann er nicht entziehen diesen Labyrinth in der Übung zu erweitern der Wettbewerb von Morsum Milchschweißen und da ist auch schon was macht man nicht so anständig Rutschmann haben vorbeinig 8 KS in der Tat wird es sind zu groß und wenn sie nicht mehrmals wie schnell aufhören wenn es abhängig ist werden aber es nicht nach die Moschner und da ich nicht abgleich hier Nein, du musst nehmen uns zurück. Gehen nach da. Haben wir den K ein. Lassen wir uns später sterben. Ey! Bring mal was trinken mit, bitte! Na, irgendwas. Irgendwas, was trinkreich ist. Ah! Ficke! Ah! Das lernt sie! War einfach verpasst! Eine Räuchern! Hallo! Alter, wissen wir nicht gewachsen, Slender! Wir müssen uns wohl. Ja, zwei Käse und dann will ich Spitzenreiter. Spitzenreiter! Ey, Spitzen! Spitzen! Was ist das? Wie war das Geld? Wie cool ist das? 3...10... Das Ergebnis vor langen Jahren. Komm mal, Mann! Wien hier! Wenn ihr euch wisst! Oh! Mit der Todesfabrik! In der Todesfabrik! Und was was das ist? Was ist die Todesfabrik? Was? Dann wäre ich ja schon tot! Dann wäre ich ja schon tot! Warum bin ich nicht tot? Dann wäre ich ja schon tot! Dann wäre ich ja schon tot! Dann wäre ich ja schon tot! Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe alles was ich brauche. Was will man da mehr? Oh scheiße, hier im Kreis. Oh, Entschuldigung. Ich würde eigentlich nicht stottern, ich bin der Morsche. Ich bin der Morsche. Ich finde mein Flammer DJ. Alter, meine Hände sind voll feucht. Scheiße. Eine kringige Abspannung. Schauen Sie immer schön nach links und nach rechts. Werden wir immer schön Nächter sein Schauen Sie sich um, machen Sie sich dumm Schauen Sie sich um, um die Todesbrüch Schauen Sie sich um, in der Todesbrüch Schauen Sie sich um, in der Todesbrüch Todesbrüch, Todesbrüch Schauen Sie sich um, in diese dünne Todesbrüch Uuuuh... Tollwag nie... Uuuuh... So, haben sie noch nicht gesehen in der Tollfabrik Haben sie noch nicht gesehen in der Tollwag nie... Uuuuh... Warum stauen Menschen alle reine Probleme damit haben? Wenn Menschen damit Probleme hätten, dann werden schon alle längst gestorben Das ergibt den Sinn und ergibt keinen Sinn weil ich es ja auch noch nicht verstehe Ich finde es ja auch noch überrascht, dass ich überhaupt schon leeeeeebe Ich hätte auch schon lange tot sein können weil ich nicht wie springen habe auch Oh, ja, was ernst nah ist Hapsen ja, wie es eben E-shapsen ja, wie es eben Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab dir festgestellt. Trenn. Mann die Schmuggl. Die Muggl.